Im bayerischen Anzing wurde am heutigen Himmelfahrtstag wieder eine jahrhundertealte Tradition begangen, das Himmelfahrt aufziehen. Eine Christusfigur wird vom Boden bis hin auf zur Decke gezogen, wo sie im sogenannten Heilig-Geist-Loch verschwindet. Dieser Brauch wird außer in der Pfarrkirche Mariae Geburt in Anzing nur noch in wenigen anderen Gemeinden praktiziert. Acht Tage.